Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 7. Oktober. Ja, der Martin hat mich ja letzte Woche vertreten. Ich vertrete ihn heute, aber morgen ist er wieder für euch da. Und heute haben wir dabei Tesla, Instagram, Apple, Libra und Paypal. Beginnen tun wir mit Tesla. Tesla, die möchten anscheinend sehr gerne ihre eigenen Batterien bzw. Akkuzellen produzieren, ähnlich wie auch Apple, die ihre eigenen Chips machen und somit die komplette Kontrolle haben über die Geräte, die Entwicklung und so ihre Technologien vorantreiben können. Das macht natürlich auch bei Tesla Sinn. Und die hatten bereits Maxwell gekauft, eine kalifornische Firma, die sich mit der Entwicklung von nächste Generation Lithium-Ionen-Elektrozellen beschäftigt hat. Und nun scheint es, dass sie die kanadische Firma Hyber Systems gekauft haben. Hyber Systems hat sich mit der automatischen Produktion von Akkus für elektrische Vehikel, Laptops und ähnliche Produkte beschäftigt. Und die sind seit dem 2. Oktober bei Tesla auf der Webseite als Subsidiary gelistet und haben bereits ihre eigene Webseite am 16. September praktisch dicht gemacht und durch einen One-Pager ersetzt. Tesla selber sagt nichts dazu, also es ist nicht bekannt für wie viel Geld die Firma den Besitzer gewechselt hat. Aber es scheint auf jeden Fall, dass dort der Fokus zur Zeit bei Tesla in der Entwicklung liegt. Nächstes Thema Instagram. Die haben jetzt ein neues Feature, was sie in ihrem Code schon versteckt haben. Und das wurde dort logischerweise entdeckt und es wird wohl dann gerade getestet mit ein paar Leuten. Und zwar Gruppen-Stories. Das ist jetzt nichts richtig Neues, denn Gruppen-Stories existierten bereits bei Facebook, wurden dort aber auch schon wieder gekillt. Ja, und was bedeutet das? Man kann mit mehreren Freunden in eine Gruppe eine Geschichte, also eine Instagram-Story machen. Und ja, mal schauen, ob das bei Instagram besser funktioniert als bei Facebook. Die Chancen sind ja durchaus hoch, denn Storys auf Instagram werden weitaus mehr genutzt als auf Facebook. Nächstes Thema, Apple. Die haben ja, ja, im Sommer haben sie es angekündigt. Mittlerweile mit den Updates wird es ja ausgeliefert für die verschiedensten Apple-Betriebssysteme. Die Funktion Sign-in with Apple, die ja ähnlich wie andere Funktionen für Facebook und Google und Co. funktionieren, wenn man sich irgendwo anmelden möchte. Aber das große Highlight war ja das, wenn man Sign-in with Apple benutzt, also mit Apple anmelden, dass dort seine eigenen Daten geschützt werden. Denn es wird extra eine E-Mail-Adresse generiert für dieses Sign-in, was nicht mit der normalen E-Mail-Adresse, die man benutzt, verknüpft ist. Und ja, eigentlich eine schöne Sache. Jetzt hat sich aber die Firma Blix gemeldet und Apple verklagt. Denn sie haben seit 2017 angeblich ein Patent auf diese Funktion und nutzen das auch in ihrem Produkt Bluemail. Und dort wird dann eben auch eine öffentliche E-Mail-Adresse kreiert, um die echte E-Mail-Adresse zu verschleiern. Und die haben auch schon ein bisschen Historie mit Apple. Denn mit Bluemail, mit diesem Mail-Programm, was sie haben, haben sie wohl auch mal Probleme mit den App-Store-Rankings und sind da bis auf Platz 143 runtergefallen, obwohl sie relativ hoch waren. Mittlerweile sind sie auch wieder auf Platz 13 und haben sich da wohl auch schon mit Apple ein bisschen gebieft. Ja, und jetzt geht es dann vor Gericht. Und ja, was das dann für uns bedeutet, sei mal dahingestellt. Also ich glaube nicht, dass sich die Funktion ändert. Sign-in für Apple wird so bleiben und entweder müssen sie dann an Blix entsprechend einfach eine Lizenzzahlung leisten. Die Klage wird abgeschmettert oder vielleicht kaufen sie auch Blix einfach. Ist ja auch eine Lösung für das Problem. Eine ganz andere Lösung für ein ganz anderes Problem hatte Facebook angestrebt mit ihrer Kryptowährung Libra. Dafür haben sie extra, also nicht extra, nee, sondern die extra Libra Association gegründet, die das dann alles verwalten sollte und dann die Kryptowährung als individuelles Zahlungsmittel für die verschiedensten Dienste und übergreifend verwalten sollte. Und dafür gab es dann halt ganz viele Firmen, die sich auch dahinter gestellt haben. Da kommen wir gleich nochmal zu. Aber in Sachen Kryptowährung Libra wurde jetzt Facebook bzw. Libra Association von der EU gegrillt mit Fragen. Denn die EU wollte wissen, was Libra denn macht in Sachen Geldwäsche und auch wie die Rückladen gebildet und verwaltet werden, damit eben die Währung auch ein entsprechendes Backing hat und nicht ins Bodenlose stürzen könnte und Leute ihr Geld verlieren. Und ja, da gab es diverse Fragen, die ans Eingemachte gingen von der EU. Und ja, soweit so gut erstmal. Also da wird sich drum gekümmert. Aber ja, die Fragen konnten zwar vielleicht beantwortet werden, aber gleichzeitig hat mit Paypal einer der bekanntesten Backer aus der Libra Association diese eben entsprechend verlassen. Die haben sich zurückgezogen, haben gesagt, sie machen da nicht mehr mit. Die würden das Projekt zwar immer noch unterstützen und gut finden, möchten sich aber auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Und ja, Facebook hat gesagt, ist halt so, bzw. Libra Association hat dann ein Statement bekannt gegeben, dass das natürlich ein großes, heeres Ziel ist, was sie nach vorne treiben und da eben nicht jeder mitziehen möchte. Und entsprechend ist jetzt Paypal entsprechend rausgefallen. Aber es gibt ja immer noch diverse andere Firmen wie Mastercard, Visa, Uber und Lyft, eBay auch oder Spotify, die dort in der Libra Association mitmachen. Und man hätte ja genug Partner. Ja, das ist insofern alles ganz interessant, dass die EU sich kümmert, dass Paypal schon aussteigt und alles, bevor das Ding überhaupt richtig existiert. Denn das sind ja alles noch, ja, nicht Gedankenmodelle, aber Pläne. Und bis diese in die Tat umgesetzt werden, da braucht es noch ein bisschen Zeit. Aber ja, ein bisschen Action vorab. Es ist immer noch geplant, 2020 damit zu starten. Und wir werden euch natürlich damit Infos versorgen, wenn es da etwas Neues zu gibt. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche, habt einen tollen Montag und ich hoffe, ihr hört morgen wieder rein beim Geek Talk Daily. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.